Super Mario 64 Aber Neben uns zeigen Ich bin immer noch ein bisschen krank Ich lass Englisch jedes Mal immer Ich kann Englisch immer auch Ich hab sie bestimmt schon mit mir Man kann Hier Nö Man kann zwar durch Aber es gibt keinen Stier Weil Es ist ein Gehekt Gehektes Wissen Es gibt so Einige Welten Keinen Stieren Ich glaub da hab ich da Moment Der Käse ist Grütchen Knutlos Ich bin ein Ein Gehektes Ich bin ein Gehektes Gehektes Okay, ihr könnt das auf Deutsch, die Kommentare reinschreiben, was das auf Deutsch übersetzt heißt. Schaut mal leicht, ich kann echt überhaupt kein Englisch. Nur ein bisschen, aber nicht alles. Oh, das ist schon die nächste Weltkomponente. Perfekt. Yeah. Mupus Mountain, yeah. Top of the Mountain. Let's head on. Perfekt. So. Entschuldigung. Das hier. Das erste Level Magical Suite. Da benötige ich bis zum ersten Mal Putscher. Vor allem für das hier. Oh, Schaafersport, eh. Oh, keine Perle. So. Hehe. Ihr seht schon, voll verpackt. Ah, wie geht's? Entschuldigung. Mit der Bosse. Wo kommt ihr auf? Nein. Liegt er auf der Bosse. Haha. Wer hat Buckt? So ein Schein. Tut mir leid. So. Aber man fällt, wie gesagt, sehr leicht runter. Ah, deswegen, deswegen. Ah, genau, genau. Benötigt man diese Umschappen. Oh, nein. Kurz konzentration. Oh, ich wollte auch noch die Alien für rausfinden. Aber viele ments. Eif. Mal hole in diese Umschappen. Ich werde ja auch noch in den Link in die Beschreibung droppen. Oh, die Code hineinkopieren, äh? Weißt du, wie es ist? Wie möglich ist es schon? Hallo, Toad. Hallo. Ich hab gar nichts zu verleißen Ich hab das schlechteste eckig übersetzte Reziger Vielleicht wirds noch Oh, okay Es gibt nämlich 1 Level, das muss ich auch mit der Spür Leider Ich weiß aber nicht, ob er was weiß Und schon hab ich 100 Minutes Challenge 100 Noten Noten Die 100 Noten Challenge Getty Yes Yes heißt auf alle Falle Ja Nein Noten Noch ein paar andere Sachen weiß ich noch Ah Ah Achso Okay Vorsichtig Oh Man braucht doch kein Wunsch haben Bis jetzt Bis jetzt, ne Top of the Mountain Du wolltest Start drücken Selber lesen Und ab in die Kommentare Poor Hater Pillar So schlecht im Englisch Oh Okay Das ist Kopfschmerzen Alles so okay Vielleicht noch mal Zwei Mal Ups Zwei Mal Zerpack Ups Zerpack Ups Zerpack Mh Ha? Boah, der hat eingekaut Haha Bestärken gewonnen, ne? Please 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 Bitte Bitte Ja Ja Ich wollte gerade sagen Wo fliegt dieser Stirn denn? Haha Ja weil Ganz doch die Wunde Juhu 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 So Stern Nummer Zwei Nummer Dreieckte Nr. 2 Zerpack Nr. 2 Ja Ja Erkältet Nr. 2 Acht Rote Noten Den Satz kann ich Deutsch übersetzen Da Zerpack Ab Tja B Das hier Kann ich denn mal die Bogen schaffen Aber man kann, glaube ich auch einmal anders draus Ne? Alle Schatten und vielleicht sind alle Ereignisse Ja, man kann, als von hier aus... ...fach gemerkt Man kann hier auf alle Fälle so... ...wann auch viel Ich war hier noch zu faul... ...das ist auch was bloß so So Aber... Ah, Junge... Nein, ich benutze keinen Fischer Mit Benchu... ...müsste man eigentlich jetzt alle... ...alle Fähigkeiten lernen Aber als Mario... ...hat man sehr leicht hier hochzuschauen Nein, Kamera... Nein... Ab... Genau... So... Ah... Scheiß Pico... Entschuldigung... Jetzt an der... Nummer 6... ...und meine... ...die schönste Zahl... Ja... ...wüsste es... ...warte Bälle... ...ah... ...ich mag Frauen... ...frau zu bleiben und lieber... ...und da ist die letzte Rote Bütze... ...so... ...note note... Achja... ...frau... ...helft mir bei Englisch... ...i seid mit Englisch besser dran... ...mäßig... ...hcha... ...frau... ...ha... ...hat ich Englisch... ...парal... ...unterricht... ...dings... ...ding... ...ah... Egal, wie es blabern wird lauter Scheiße. So, das war die vierte Note. In manchen Welten, wie ihr wisst, gibt es nicht alle sechs Noten. Huh. Was soll das für ein Ding sein? Manche, vielleicht schaffen es ganz Zweibel. Ich weiß. Es wird einer der kürzesten Parts und der wenigsten... Einer der wenigsten Parts, die wir gesammelt haben, das Spiel. Weil im welcher nicht so viele Sterne gibt. Und... Und der Scheiß-Kartmann hat es zu verpacken. Wieso machen wir hoch? Ich komme zu... Ups. Mein Fehler. Wunder... Stern, wo bist du? Wie gesagt, in manchen... ... steht zwar ein Aufgaben da, so wie... ... Stern, die Mountain auf der right side. Right of the side. Right of the side. Right. Okay. Zu message. Dummys serial. Der kann er genau holen Alles normal. ...und der Stirn... ...und das wir wirklich... AAAAHHHHH Kapiert! Hier hoch! Jedes einzelnen... ...berühren! Nummer 2 ist ein einfach versuchen in den Raum zu kommen Nummer 3 NEEEEEEEEEE! NEEEEEEEEEE! Scheisse... ...dattd im Schirmhaus ist eh schon! ...schade! ...dattd apfme schulder ganz langsam und direkt mit ein paar Tricks ja, sehr schön einfach alle solche Felsbühle und da hat mir das sehr sehr leid so, da ist wie gesagt wieder eine Stirn dabei die man leider nicht machen kann, weil die fehlt ich kann es euch von mir zeigen, wie ihr es nicht glaubt Strich, oh es fehlt sogar zwei Stirne die Frage ist für was ist dieser Block ja, für Vital ich weiß es um was er glaubt kann aber da gibt es ja nichts hier oder hier oder es geht ja mit normalen normalerweise auch, oder? schreibt es bitte bitte in den Kommentaren was das für ein Stirn sein soll der Toad das ist gleich da steht nur das gleiche, oder? hm boah ich muss die Frau bitten Alter ich weiß es nicht tut mir leid schreibt es kommentare was ist das verstehen die nummer 6 und das war auch gleich nummer 5 und 6 nicht sehr gewissen oh gott was geht hier ach so der letzte level ach du scheiße der allerletzte bild der allerletzte wow ja 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 Der finale Part des Match-Festes beginnt auch hier! Komm hier rein! Nein! Ha ha ha! Heftig! Aber leider kann Mario keine Eier schießen! Wird er auch bisschen... Boah! Komisch auf den Schaust! Ja! 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 Der nächste Part geht an hier drinnen weiter! Glaube ich! Ja! Geht es so? Kann Mario auch rein? Stern holen? Nein! Auch diese Sternen will zu holen! Ja hier geht ja auch dieser Glitch! Ich habe euch schon mal gezeigt! Rote! So! Liebe Zuschauer! Freunde! Kollegen! Und zweiter! Der Part ist wie immer leider kurz! Aber wir wird es glaube ich schon ein bisschen länger! Hoffen wir zumindest! Wenn euch dieser Part fehlt! Lass den Daumen bitte hoch da! Abonnieren bitte nicht vergessen! Umsonsten sehen wir uns den nächsten Part wieder! Also dann! Bis dann! Und ciao! 1 2 3 4 5 3 Untertitelung des ZDF, 2020